hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute möchte ich euch einmal zeigen wie ich neuwertige bücher in bücher verwandelt die einen alten look haben hintergrund ist folgender und zwar werden wir ja in wenigen monaten umziehen da habe ich dann wieder ein kleines büro was ich mir so im steampunk cyberpunk endzeitalter stil einrichten will dazu werde ich halt verschiedene möbel bauen also schreibtisch kommode und sowas alles und es soll auch ein schönes regal über den schreibtisch hinkommen und auf diesem regal möchte ich halt alte bücher hinstellen und damit ich hatte erst überlegt ob ich mir nicht auf dem trödelmarkt einfach alte bücher kaufen soll aber dazu hätte ich gar keinen bezug und ich habe hier diese diese lehrbücher noch die mich an meiner umschulung erinnern und ich werde einfach mal versuchen die in so einem möglichst alten stil hinzubekommen und dazu habe ich jetzt drei möglichkeiten ausgewählt eine wanne werde ich mit schwarztee füllen eine mit so instant kaffee und die dritte möglichkeit ist so eine essig essenz lösung in der ich stahlwolle eingelegt habe also einfach eine tasse nehmen mit stahlwolle rein essig drüber kippen das ganze ein wenig ziehen lassen ich weiß dass diese methode funktioniert wenn man das mit altem holz macht dass man also altes holz noch älter aussehen lassen kann und ich vielleicht mal versuchen wie das aussieht wenn ich das bei büchern anwende ich werde jetzt hier erstmal soweit alles vorbereiten ich weiß nicht genau wie viel kaffee ich dafür verwenden soll ich nehme einfach mal eine gute prise einfach mal so ich sehe dann gleich wie stark sich das wasser färben wird und ob es ausreicht oder nicht bei den teebeufeln mache ich es genauso ganz wichtig ist hier natürlich dass das soll jetzt keine schleichwerbung für irgendwas sein ihr könnt als instant kaffee nehmen was ihr wollt ihr könnt als tee nehmen was ihr wollt aber es braucht eine ordentliche menge ich stelle die mal am besten so ein bisschen an die seite dass ich die gleich dann in einem rutsch wieder alle rausnehmen kann und werde die dann gleich halt mit wasser befüllen ich schaue halt dass genug wasser drin ist dass die bücher zumindest bis über die oberfläche hinweg bedeckt sind denn ich sag mal so bei alten büchern ist es ja so die die seiten sind recht wellig und wenn ich die jetzt komplett da rein lege dann wird sich das ganze papier natürlich mit wasser vollsaugen und wenn ich das dann später trocken lasse dann wird das hoffentlich recht wellig werden ich setze jetzt erstmal das wasser an und dann machen wir weiter so ich habe jetzt die zwei behälter einmal aufgefüllt einmal mit schwarztee einmal mit kaffee hier das ist diese essig stahlwolle lösung was ich vorhin meinte man sieht also hier oben bildet sich so eine schaumkruste das heißt der essig reagiert mit der stahlwolle darin ich lasse das jetzt noch eine zeit lang stehen normalerweise ich weiß wenn man das bei bei holz anwenden möchte lässt man das so 24 bis 48 stunden ziehen ich habe die lösung jetzt seit gut zwei stunden mal hier so stehen lassen einfach mal schauen wie sich das verhält und hier habe ich dann noch mal klares wasser wo ich das dritte buch dann rein legen werde damit es auch diesen welligen effekt bekommt jetzt haben wir natürlich das problem dass die bücher an sich noch sehr neu aussehen ich habe mir jetzt hier mal so ein bisschen schmörgel vorbereitet und versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen einfach aufs alte drin in dem ich so ein paar kratzer drauf mache ein bisschen die farbe runter mache die kanten hier breche auf beiden seiten genauso wie hier am rand einfach dass es halt älter aussieht hierzu sei natürlich gesagt das würde natürlich mit wirklich alten büchern die halt diesen ledereinwand haben wesentlich besser funktionieren als die jetzt hier mit allerdings habe ich nur so ein paar bücher mit so einem ledereinwand und die sind mir tatsächlich zu schade um die jetzt so ich sag mal zu zerstören aber die tinte die ist hier so eingezogen da da bekommt man nicht wirklich beschädigungen drauf aber wir schauen mal wie das dann später aussieht das mache ich jetzt bei allen drei bücher man könnte natürlich auch hingehen und mit einer drahtwurst arbeiten dann wäre der abtrieb effekt natürlich wesentlich stärker als wir jetzt hier mit diesem schmörgel schwamm aber ich denke auch der erfüllt seinen zweck bei den flüssigkeiten ist es natürlich klar da ist jetzt kochendes wasser drin also zumindest in den beiden hier ist kaltes wasser drin und ich lasse es jetzt erstmal eine zeit lang ziehen damit das wasser auch wieder ein bisschen abkühlt denn ich werde ja gleich mit den händen daran arbeiten da muss ich mich ja nicht unbedingt verbrühen wenn es nicht sein muss so einfach mal ein paar kratzer drauf machen überall schön die kanten brechen weil das sind natürlich die bereiche die bei einem alten buch am ehesten benutzt werden weil man immer wieder das buch so in den händen hat und das sind so die bereiche die am ehesten kaputt gehen zumindest habe ich das bei meinem dieser festgestellt die tatsächlich schon ein paar jahre alt sind dass das so die ersten stellen sind die beschädigt werden jetzt sieht das ganze natürlich immer noch sehr sehr glatt alles aus ich versuche jetzt einfach mal mit dem hammer so ein paar ecken hier rein zu bekommen manche werden jetzt natürlich jauchzen weil das gute buch wird jetzt so runter gemacht das hat also wirklich nichts mit der qualität des buches zu tun es waren halt nur drei bücher die gleich groß sind die das gleiche format haben und ich dachte mir wenn ich jetzt hier diesen vergleich mache dann macht natürlich auch Sinn wenn die bücher relativ gleich aussehen weil man es dann recht gut vergleichen kann dann nochmal schauen was dann nachher aussehen wird das gleiche tun werde ich auch schön bei allen zwei büchern dann einfach 好き бы so So, wenn das dann gleich fertig ist, dass es wirklich ziemlich ramponiert und durchgelutscht aussieht, dann kommt das in die Flüssigkeiten rein. Und dann lasse ich das einfach mal, ja keine Ahnung, vielleicht mal 5 Minuten einziehen, 10 Minuten, je nachdem, ich schaue einfach mal, noch ist das Wasser eh zu heiß, als dass ich da irgendwie arbeiten könnte. Die Titelseite noch ein bisschen massakieren. Man sagt hier natürlich die Rückseite auch, weil wenn die im Bücherregal stehen, ist das natürlich die Seite, die man am ehesten sieht. Wenn das so ein bisschen kaputt geht, ist es nicht schlimm, weil wir wollen ja diesen alten Touch erzeugen. Und wenn ihr euch mal alte Bücher auf dem Trödelmarkt angeschaut habt, dann wisst ihr, dass die meistens echt so eine richtige Leidensgeschichte hinter sich haben. Ich gehe jetzt nochmal nach oben drüber, um diese Kanten richtig schnell zu brechen. Ich habe mir übrigens Einweghandschuhe bereitgelegt, damit ich nicht unbedingt so mit den Händen daran arbeiten muss. Das ist jetzt natürlich nichts Schlimmes, Kaffee, Tee und Wasser. Bei dem Essex bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Aber wirklich was passieren sollte da eigentlich nicht. So, schauen wir mal, wie weit unser Tee und Kaffee ist. Das sieht also schon ganz gut aus hier. Tee auch mal umbudern so ein bisschen. War vielleicht doch ein bisschen viel Kaffee, was wir da reingetan haben. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, aber schauen wir einfach mal. Okay, sehr gut. Ich brauche mal kurz eine Tasse. Dann holen wir mal die Teebeutel hier raus. Also wie gesagt, das waren jetzt ungefähr fünf Minuten, wo das gezogen hat. Jetzt legen wir das erste Buch schon mal rein. Ich versuche das so ein bisschen Seite für Seite zu machen. Dass auch wirklich überall ein bisschen Flüssigkeit dazwischen kommt. Natürlich nach Möglichkeit nicht, dass die Seiten so umschlagen. Ich merke gerade, das Buch ist zu leicht. Das schwimmt. Das sollte jetzt auch nicht so sein. Ich brauche mal den Pinsel. Oder nehmen wir den Hammer. Das muss man so ganz runterdrücken. So, das erste Hammer versenkt. Jetzt nehmen wir das zweite Buch. Das legen wir jetzt in den Kaffee ein. Okay, das ist noch ein bisschen heißer, das Wasser. Okay, dadurch, dass es jetzt schwimmt, werde ich einfach hingehen und so in ein, zwei Minuten die ganze Beschichte einfach mal wenden. Dass also definitiv beide Seiten ordentlich Flüssigkeit aufsaugen können können. So, das können wir einfach mal liegen lassen. Jetzt kommen wir zum dritten Buch, wo wir das mit dieser Essiglösung machen wollen. Und hier gehe ich jetzt einfach hin. Und dann da einfach mal mit dem Pinsel drüber gehen. Also ich nehme jetzt direkt die erste Seite und pinsel das ordentlich ein, dass es gut was abbekommt. Das Deckblatt natürlich auch. Man sieht halt, dass es gestrichenes Papier ist. Also mit einer sehr glatten Oberfläche. Und da geht das natürlich nicht so gut mit den Pinseln. Die anderen Seiten, die gehen relativ normal. Aber wie gesagt, wir pinseln jetzt einfach alles mal hier ein. Ich habe hier übrigens keine hundertprozentige Essiglösung genommen, sondern etwa 70% Essig, 30% Wasser. Ich muss das halt erstmal testen, welchen Effekt es hat, wenn das Problem ist. Ich brauche natürlich viele Bücher auf dem Regal. Das sind also jetzt erstmal meine ersten drei Testobjekte, um zu schauen, wie reagiert was. Also mit Kaffee und Tee könnte ich mir schon vorstellen, dass das wirklich gute Ergebnisse liefert. Ich sehe gerade, jetzt wälze ich hier die Seite auf. Es kann vielleicht daran liegen, dass das Wasser heiß ist. Aber wie gesagt, ich werde jetzt halt erstmal nach und nach testen, was da wirklich vielversprechend ist, was zum Erfolg führt. Und was am Ende auch wirklich cool aussieht. Und die Methoden, die am besten sind, die werde ich halt bei den restlichen Bücher und Aurang wenden. Ich denke mal, dass es insgesamt so, ja vielleicht so 15 bis 20 Bücher werden, die das jetzt durchmachen müssen hier. Hierbei ist natürlich jetzt gerade der Vorteil, dass ich halt wirklich gezielt einzelne Seiten bearbeiten kann. Und bei dem ist es so, wenn die Seiten zusammenpappen, dann kommt da wahrscheinlich keine Flüssigkeit dazwischen. Da bin ich also gleich noch auf das Ergebnis gespannt. Was ich aber jetzt hier schon merke ist, dadurch, dass ich die Seiten einzeln bearbeite, ich zeige euch das gleich, haben die jetzt schon diesen belligen Effekt. Also ihr seht das jetzt hier schon so, was dann ausmacht. Das hatte ich jetzt so schnell nicht erwartet, aber gut, finde ich hervorragend. Ich glaube, ich lasse die Bücher auch gar nicht so lange einziehen, sonst löse ich wahrscheinlich die komplette Tinte darauf auf. Ich werde die Bücher also jetzt gleich schon mal wenden. Das hier lasse ich noch, das mache ich noch schnell fertig, damit ich das auch schon mal ein bisschen reinziehen kann. So, die letzten zwei Seiten. Und natürlich, die letzte Seite muss ich noch machen. Diese hier. Und diese hier. Okay, die Essige Senzölung, die ist aufgeworfen worden, wirklich wie sonst noch was. Und die, Leute, die Tasse ist schon fast leer. Ja, aber man sieht jetzt schon bereits, was das für einen krassen Effekt hat. Wie gesagt, jetzt werde ich die beiden Bücher hier einfach mal wenden. Okay, die haben sich extrem voll gesorgt. Wahnsinn. Okay, zwei Minuten waren vielleicht schon etwas sehr lang. Das mit der Essige Senz, das lege ich jetzt gar nicht so lange ein. Einfach mal kurz untertauchen. Das hier ist ja kaltes Wasser, da passiert also nichts. Schön die Luft rausdrücken überall. Ups, ja, hervor. Und da sieht man halt die ganze Luft, die sich in den einzelnen Seiten war. Jetzt werde ich noch hingehen und hier einfach mal so ein bisschen reindrücken. Das gleiche hier auch, dass wir halt wirklich nicht mehr diese extrem geraden, geschnittenen Seiten später haben werden, sondern dass man da halt schon ein bisschen Bewegung drin sieht. So, einfach rein untertauchen. Dann machen wir das gleiche bei den Büchern hier auch. Wie gesagt, die haben sich jetzt schon extrem voll gesorgt mit Flüssigkeit. Einfach mal so ein bisschen hier reindrücken. Ein bisschen hier reindrücken. Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht zu lange war, wo die im Wasser waren. Weil die machen mir schon einen sehr labilen Eindruck. Aber wir werden sehen, wenn die getrocknet sind. So. Jetzt werde ich die Flüssigkeiten abkippen, das dann schon mal ein bisschen vortrocknen lassen und vor allen Dingen den Tischdauer machen, bevor meine Frau das sieht. So, ich bin jetzt hingegangen und habe alle Bücher mal hier reingelegt. Immer ein Buch, Zebra dazwischen, Buch, Zebra dazwischen und dann mit ordentlich beschwert, damit erst mal das ganze Wasser so rausgedrückt wird. Hat so viel wie möglich und das halt wieder eine ursprüngliche Form hergestellt wird des Buches. Ihr seht ja hier, wie gesagt, es sind noch massig alte Bücher da, die ich auch hätte nehmen können. Es ging sich bei dem Vergleich halt darum, wirklich drei gleich große Bücher zu nehmen, die halt auch gleiche Ausmaße haben und auch die gleiche Dicke. Damit man am Ende wirklich feststellen kann, was war jetzt davon am effektivsten. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal hier eine Zeit lang stehen, damit es gut trocknet. Und am Ende sehen wir dann, was halt dabei rausgekommen ist. So, nachdem ich die Bücher jetzt habe fast drei Wochen lang trocknen lassen, weil ich halt lieber natürlich trocken lassen wollte, das heißt, ich habe die immer schön raus in die Sonne gelegt. Und dadurch, dass es halt so viel geregnet hat, musste ich halt immer wieder länger warten, bis das wirklich alle Seiten komplett trocken waren. Aber das Ergebnis ist echt fantastisch. Also das hier ist das Buch, was in dem Tee gelegen hat. Das ist das Ergebnis mit Kaffee. Und das Buch hier war tatsächlich am übelsten mitgenommen worden. Das war das mit dem Essig. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass das so eine krasse Wirkung darauf hat. Aber insgesamt ist das Ergebnis echt beeindruckend. Also man darf halt nicht vergessen, dass das relativ neuwertige Bücher waren. Die waren ja fast unbenutzt. Und mit alten Büchern, die halt so einen richtig schönen Einband und alles haben, ist das natürlich ein ganz anderes Ergebnis, was man da erwarten kann. Aber auch so, also das sieht schon sehr, sehr, sehr geil aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir da von so ein ganzes, ja so ein kleines Bücherregal zusammen bestelle, dann wird das schon sehr geil aussehen. Ich werde halt wie gesagt für mein Projekt, für dieses Steampunk-Zimmer eher Bücher nehmen, die auch wirklich schon so einen leichten alten Touch haben, die halt schön gebunden sind und alles. Als wie jetzt solche hier mit diesem Hardcover-Umschlag, beziehungsweise Papierumschlag. Aber es ging sich eigentlich nur darum, wie man die auf relativ alt bekommt. Und wenn man das jetzt mal so direkt vergleicht, also der Schwarztee, das ist jetzt der hier unten, dann Kaffee, dieser Essig. Beim Essig war die Verfärbung kaum merkbar. Dafür wurde das Papier halt sehr stark angegriffen. Also, aber wie gesagt, ich finde es vom Ergebnis her wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich werde das auf jeden Fall jetzt noch mit den restlichen Büchern machen, dass ich halt wirklich so eine kleine Bücherei habe. Ganz wichtig ist halt, das war jetzt der erste Film zu dem Projekt Steampunk-Zimmer. Da wird noch einiges kommen. Also ich werde da Schränke umbauen, Schreibtische umbauen, viel mit Licht arbeiten, mit Epoxid-Tarts und sowas. Da sind also sehr viele Sachen geplant. Und das wird jetzt hier der Anfang der Reihe sein. Und es werden jetzt in unregelmäßigen Abständen halt, weil ich das nicht genau planen kann, wie ich das am besten machen werde. Aber es werden weitere Videos dazu folgen, bis das dann eine ganze Videoreihe daraus entstanden ist. Und ich denke mal so in vier, fünf Monaten ist das Zimmer dann komplett fertig. Dann gibt es nochmal ein Abschlussvideo, wo alles zu sehen ist, was ich in der Zeit gemacht habe. Und wen es dann interessiert, der kann sich dann die vorherigen Videos nochmal anschauen, wie ich halt bei den einzelnen Objekten vorgegangen bin. Aber wie gesagt, seid gespannt. Es wird auf jeden Fall mega, mega geil werden. Weil was ich da für Gedanken im Kopf habe, wie ich mir das alles vorstelle und wie ich das alles umsetzen will, das wird schon wirklich sehr, sehr cool werden. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.